Lieber Herr Mirano, ich habe ein Problem und brauche Ihre Hilfe. Kennen Sie die Himmelsscheibe von Nebra? Sie ist 4000 Jahre alt. Ich habe Informationen, dass die Himmelsscheibe im Museum falsch ist. Aber niemand glaubt mir. Ich bin in Gefahr. Kommen Sie bitte nach Deutschland und helfen Sie mir. Wir müssen die Himmelsscheibe finden. Seltsam. Kein Absender? Ich fliege nach Deutschland und werde helfen. Ich spreche leider noch nicht so gut Deutsch. Ach, das geht schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017